Hallo Menschen, ich möchte heute The Girl Who Circumnavigated Fairland in A Ship of Her Own Making rezensieren. Das gibt es inzwischen auch schon auf Deutsch und meine Mitleserin Karos Bücher las es auch auf Deutsch, deswegen haben wir uns teilweise ausgetauscht, wie es übersetzt wurde. Und es ist prinzipiell der erste Teil einer Reihe, ist aber in sich erstmal geschlossen. Das heißt, man könnte auch erstmal hineinschnuppern, ohne am Ende mit einem riesen Cliffhanger konfrontiert zu werden. Für diejenigen, die es nicht wissen, es ist eine Fantasy-Geschichte für Kinder, aus der meiner Meinung nach Erwachsene aber genauso viel nehmen können. Also hier passt dieses ganz Klassische, es ist eine Geschichte für jedes Alter, wirklich, wirklich gut. Wir folgen der jungen September, die eines Tages vom grünen Wind auf einem Leoparden der kleinen Brise, so müsste man das wahrscheinlich übersetzen, so über gewisse Umwege und ein paar Geheimnisse eben ins Feenland gebracht wird, wo sich dann gewisse Abenteuer ergeben. Also wir haben unter anderem auch so eine mehr oder weniger böse Königin und das klingt auf den ersten Blick wahrscheinlich sehr, sehr bekannt, einfach schon durch Alice im Wunderland. Aber ich kann euch versichern, dass in diesem Buch so viele wunderbare kleine Ideen drin sind, dass das Lesen ein absoluter Genuss war. Und teilweise war dieses Besondere auch nur so in kleinen Nebensätzen drin. Es gibt zum Beispiel einen Moment, der erzählt, der grüne Wind von den drei anderen Winden, also es gibt vier offizielle Winde. Und er sagt dann aber noch so, es gab eigentlich mal noch zwei zusätzliche Winde, aber die haben Mist gebaut und deswegen wurden sie ohne Abendessen ins Bett geschickt. Oder September kommt dann im Besitz einer Jacke, die sich auch so ein bisschen an sie anpasst und kleiner wird. Und später nimmt September dann mal ein paar Papiere aus der Innentasche und dann steht da im Nebensatz, die Jacke war sehr zufrieden mit sich, wie gut sie auf die Papiere aufgepasst hat. Und ich finde das so putzig, wie die kleine Jacke dann so stolz auf sie selber ist, einfach nur fürs Existieren und dafür, dass sie eigentlich nur eine Innentasche hat, aber so kleine Besonderheiten sind da immer drin. Das heißt, ihr hört wahrscheinlich schon raus, es tendiert wirklich ins Niedliche und dafür muss man wahrscheinlich in der Stimmung sein. Manche von euch werden das wahrscheinlich eher langweilig finden, aber das waren so zauberhafte Ideen, das gefiel mir wirklich, wirklich gut. An den Beschreibungen von mir merkt ihr jetzt vielleicht schon, dass es wirklich so ein totales Märchen ist. Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen märchenhaft oder ein bisschen Fantasy, sondern es ist Märchen von vorne bis hinten und prinzipiell geht hier wirklich alles. Es gibt zum Beispiel einen Moment, da trifft September einen Lindwurm, dessen Vater eventuell eine Bibliothek war. Deswegen sagt er auch in der deutschen Übersetzung zum Beispiel, er ist dann deswegen eigentlich kein Lindwurm, sondern eine Lindiothek oder ein Bibliowurm. Und das klingt so, so toll. Auf Englisch funktioniert es eigentlich auch ganz okay. Da ist halt der Lindwurm ein Wyvern und er sagt, er wäre eigentlich eine Vibrary. Also es sind eigentlich ganz tolle, putzige Ideen. Und das trifft halt genau meinen Geschmack. Allgemein muss ich sagen, ich war von diesem Buch von vorne bis hinten verzaubert. Das trifft es wirklich am besten, dieses Wort. Es sind so viele putzige Kleinigkeiten drin. Außerdem noch hübsche Illustrationen immer am Kapitel Anfang und so Unterüberschriften, die das Kapitel zwar schon ein bisschen vorwegnehmen, aber nicht einfach erzählen, was passiert, sondern manchmal das Augenmerk auch so ein bisschen auf eine Besonderheit legen oder einfach sehr speziell formuliert sind. Ich möchte euch das Beispiel zu Kapitel 2 vorlesen. Das wird jetzt auch natürlich nicht gespordert. Das Kapitel an sich heißt Also das sagt ja noch nicht wirklich, dass das, das, das passiert, sondern es macht so ein bisschen was Besonderes und das gefiel mir sehr, sehr gut. Ein möglicher Kritikpunkt, den ich dann auch so danach Caro geschrieben habe, wäre sicherlich, dass September immer so von Plotpoint zu Plotpoint stolpert. Das heißt, sie geht irgendwo hin, redet mit jemandem und erfährt oder findet dann auch immer so zufällig eben etwas Nützliches. Und das wiederholt sich immer. Ich muss aber sagen, dass das während des Lesens mein Vergnügen nicht im geringsten gemindert hat. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie unkritisch herangegangen bin, weil ich von Anfang an wusste, ja, es ist ja nur ein Kinderbuch. Aber es hat mir beim Lesen so viel Spaß gemacht. Und es würde sich jetzt irgendwie falsch anfühlen, wenn ich danach sage, ach, nee, das und das kann ich kritisieren, weil ich habe es wirklich von vorne bis hinten genossen. Auch die Sprache ist sehr, sehr schön und zwar nicht nur für ein Kinderbuch. Ich habe das ja schon bei Deathless von Catherine M. Valente, ein Roman für Erwachsene, gesagt, dass die mich absolut verzaubert hat. Hier ist sie vielleicht nicht ganz so schön, einfach weil die Sätze schon etwas kürzer sind. Aber deswegen wird die Sprache nicht irgendwie simpel oder dumm, sondern im Gegenteil, ich finde sie noch sehr, sehr elegant. Und was natürlich auch mit den Ideen dahinter zu tun hat, auch humorvoll. Also musste mehrmals schmunzeln, auch mehrmals so, ooooh. Und es gab auch traurige Stellen. Also sie kann wirklich verschiedene Charaktere entwickeln. Selbst die böse Königin hat eine Hintergrundgeschichte, die sie uns verständlich macht und so. Und ja, sehr, sehr toll. Um es also nochmal zusammenzufassen, es ist eine ideenreiche, zauberhafte Geschichte, die mich vor allem immer wieder so mit Kleinigkeiten überraschen konnte. Und insofern von mir eine absolute Empfehlung. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Und Catherine M. Valenti ist vor allem von der Sprache und den Ideen her, gerade auf dem besten Weg, mit einer Lieblingsautorin zu werden. Man muss bestimmt in der Stimmung sein. Es ist niedlich. Wer halt eher so die militärische Fantasy vielleicht mag, ja, nee, für den ist es wahrscheinlich nichts. Aber es ist wirklich so etwas Besonderes, was schon niedlich ist. Und ja, ich mochte es. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, im deutschsprachigen Bereich ist es auf jeden Fall nicht so bekannt wie im englischsprachigen. Dabei ist es so eine tolle Geschichte, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland schon mal so ein bisschen mitgekriegt habt. Schreibt mir, ob ihr es schon gelesen habt. Die Caro mochte es, soweit ich weiß auch. Ich denke, von ihr kommt auch eine Einzelrezension, die ich euch natürlich verlinken werde, sobald es hier oben ist. Dann danke ich euch heute fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.